Herzlich willkommen zum neuen Video von KÖM24. Im heutigen Video stellen wir Ihnen den Makita Akku-Erdbohrer DDG460ZX7 vor. Es handelt sich hierbei um einen leistungsstarken Akku-Erdbohrer zum Bohren von Löchern bis zu 200 mm Durchmesser in Sandboden und 150 mm in Lehmboden. Der Erdbohrer eignet sich damit hervorragend zum schnellen Bohren von Löchern für etwa Zaunpfähle. Der bürstenlose 2x18 Volt Motor erzielt einen Drehmoment von bis zu 136 Nm. Es stehen zwei Drehzahlmomente zur Verfügung. 0-1400 Umdrehungen pro Minute für schnelle Bohrungen in sandigem Boden und 0-350 Umdrehungen für schweren Lehmboden. Der bürstenlose Motor sorgt für mehr Ausdauer und eine höhere Lebensdauer sowie eine kompakte Bauweise. Mit der Xtreme Protection Technology XPT ist der Akkubohrer perfekt gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Die Automatic Torque Drive Technology sorgt dafür, dass sich die Drehzahl automatisch reguliert, je nach Anforderung für die optimale Leistung. So, und das war's auch schon wieder mit dem Video. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie haben viel Freude mit Ihrem Makita Bohrer. KÖM24 Garten, Wohnen, Leben KÖM24 Garten, Wohnen, 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 Wohn